Hallo, willkommen zu einem weiteren Video zu dem Foto von Attila Hildmann und den Ermittlungen oder den Recherchen von Oliver Klein und seinen Kollegen. Die Idee war, den Sonnenstand zu nutzen, um eine zeitliche Einordnung zu machen. Und zwar sieht man hier, dass die Sonne offensichtlich ziemlich genau auf den Po des Hundes zeigt. Also kann ich, wenn ich die Ausrichtung der Gräber weiß, relativ gut herausfinden, wie der Sonnenstand gewesen ist. Und dazu gibt es ein Tool namens SunCalc. Hier kann ich eben eingeben, was ich genau für einen Ort haben möchte, welches Datum und welche Uhrzeit. Und kann hier oben über diesen Schieberegler eben schauen, wo müsste sich die Sonne befunden haben, um hier in diese Richtung zu strahlen. Wenn ich jetzt weiß, also die Felsengräber befinden sich in dieser Ausrichtung. Der Hund stand so und dann kann ich durch das Herumspielen mit der Uhrzeit feststellen, dass eben das um 16 bis 17 Uhr gewesen sein muss. Mit SunCalc kann ich noch viel, viel mehr machen. Es gibt dazu eine sehr schöne Ausarbeitung, die ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Aber das einfach mal so als ersten Einstieg in SunCalc. Okay, das war es schon wieder von mir für heute. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.